Die Fienden müssen zurückgezogen werden. Und was besseres Platz zu beginnen, als das Seat unserer nobelen Linie? Boah, das ist so eine Abzweigung. Aber die ist nicht so groß, die Abzweigung. Von dem her, alles in Ordnung. Loot her. Achso, ok. Das war automatisch gelootet. Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab's abgelegt, ne? Fickt's euch. Ohne Witz. Demon's Pull. Kritt. Bam, nach vorne. Nehmat den. Schöner Krips. Hat aber Resistance. Kult natürlich vor. Wie weit können die denn fortjumpen und Schaden machen, ey? Bam, 365 und dahinten ist weg, das ist sehr schön, alter, schöner Crit, Crit Heal ist übrigens auch neu, 58, sehr schön. So, 85, sieht doch gut aus. Oh, Diamanten, 1000 Volt, das ist doch schon mal was, hat sich schon gelogen. Ja, zwei Pfote, das geht ja noch. Sehr schön, da können wir uns erstmal um den hinteren. Boah, das ging aber fix, ich, ich, nur vier, sehr schön. Schopfen weg ist er. Ja, erhöhten Schaden gegen Untote, ne? Der hat ordentlich Stress jetzt drauf bekommen. Oh Gott, der raste gleich aus. Ich hab kein Stress hier dabei, ne? 98 von 200 Stress. Das ist nicht allzu gut, ne? Das ist nicht allzu gut, ne? Das ist ja noch ein bisschen die Schaden. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. eine runde mehr von uns aber ich pull den gleich mal nach vorne so man soll ja gleich mal tschau tschau sagen am abend 26 sehr schön hier holland ha 6 Schade 6 Schade 6 Schade 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 Sehr schön. So will ich das sehen. Judgment. Tschüss. Salut. Neun Schaden. Das ist gut. Ich mach einen Pulli. Naja, egal. So schön. Impressed ist der. Spam. Elverkritt. Ja, sobald ich das sehen. Scouting. Okay, nochmal ein Kampf. Kürzer Schluss. Ja, wir sollten mal wieder die Plätze tauschen. Bäm, bäm. 5, 6, 5. Sehr schön. Elvage Pull. Und jetzt holt sie ihn wieder nach vorne. Wahnsinn, fick dich. Komm jetzt. So, nochmal. Auf und macht. Sehr schön. Step Crit. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Und sie soll... ... ... ... ... ... Ich hab's jetzt noch nicht gesehen, aber das kann auch ins Positiven übergehen. ... 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 sehr schön und bluten da auch noch sehr schön er schaut natürlich demoralisiert die gruppe und nicht ganz so heiß ist ja da fühlt sich natürlich nicht wert geheilt zu werden was eigentlich blödsinn ist ach jetzt dachte ich jetzt zuerst abgekackt aber alles in ordnung ja er hat jetzt die runde ausgesetzt das kommt leider vor harmlos ja nein jetzt nicht bei dem hier weil er kann sogar noch von ganz hinten aus angreifen 2 damage pro runde das ist ja ganz welch wahnsinn oder sowas ja jetzt schaden oh jetzt war die Party heal yeah bei hier ein crit naja schenken ja nice du bist doch der beste auch wenn du der reynolds der ist in den letzten Dingen alle abgehauen der Penner 3 damage pro runde kann natürlich stacken bam direkt schaden so er kann ihn holen so tschau ok warum die 30% heal received this is nice äh ja was am wenigsten Stress sehr schön wäre vergiften gewesen nochmal im Kampf ah nein sehr schön die restlichen sind nur noch ach schade das kommt eigentlich so rein sehr schade sehr schön also die steim schade der schade 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 und die die sie schade sie Sie können gebeten werden. Das Spiel ist gebeten. Eine blazende Star ist geboren. Ich bin im Leben reingelaufen, obwohl ich die Falle gekannt habe. Das ist natürlich nicht ganz so nice. Trotzdem surprised. Fünf, fünf, sechs. Das ist natürlich extremst geil. Den fünften Griff rum nach vorne. Schaut leider nicht. Ich bin ehrlich gesagt... 14... Gleich viel Leben. Immerhin greift da jemand einen anderen Stand, die Runde zu überspringen. Die kriegen alle so viel Stress. Stresst euch doch nicht. Bam. Sehr schön. Okay, jetzt machen wir ein paar Geschwister. Sehr schön. Aber die Lady hält sich gut, ehrlich gesagt. Das gefällt mir. Glittering Gold. Trinkets und Baubels. Paid for in Blood. Tja, wir können das eigentlich mal weitermachen. Achso. Dann kann man nicht. Wir sind durch. Wir sind durch. Wahnsinn. Room by Room. Hall by Hall. Aber wir haben 5.000 Gold müssen. Wir hatten bestimmt 6.000 Gold, wenn wir da am Anfang das nicht geskript hätten. Na ja. Angst vor Biestern. Oh, er ist nymphomanisch. Er kriegt mehr Stress hier, wenn er im Bordell ist. Er ist erleuchtet und deswegen kann er nur noch meditieren, um Stress abzubauen. Und, ähm, ja. Er hält dadurch, dass er nur meditiert, äh, erhält dann noch wenig, äh, erhält dann noch größere Stressreduktion. Und, äh, währenddessen er campiert, kriegt er auch weniger Stress. Also, tut sich seinen Stress verringern. Das ist natürlich cool. Oh nein. Okay, der darf nicht mehr gambeln. Ähm, tsch. Okay. Gut, gut. Gut. Also, Reynald. Ja. Ähm. Er möchte zu den Heiligen sprechen. Er ist... So, was haben wir da? Äh. Boah. Cool. Äh, da habe ich richtig viele, ähm, zusätzliche positive Perks. Das ist natürlich geil. Sanatorium. Im Sanatorium. Aha. Ah, ich kann also locken. Das ist geil. Okay, das ist auch neu. Ähm. Das ist auch neu, dass es unterteilt ist. Und, ähm, reduce disease treatment costs. To lose positive quark treatment costs. To lose negative quark treatment costs. Wie ist das noch was im Sanatorium? Ja. Das ist aber da. Das, äh, da brauchen wir noch mal gar nicht drüber reden. Äh, Taverne. Ja. Das Bordell. Und er. Okay. Der mag sich... Oh. Achso. Er kann ja nur meditieren. Vergessen. Vergessen. So. Okay. Oh, neun Helden. Oh. Grabäuber. Ähm. Am besten zweit hinten platziert. Also der ist ganz vorne, klar. Ähm. Den hier kann man auch in der Mitte vorne. Sehr ahn sein. Sehr nice. Ähm. Den kann man in der Mitte platzieren. Die hat die Standardposition dritt hinten. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der ganz geil hinten ist. Der richtig nice ist. Solo. Ranged. Forward. Drei. Damage. Target. Aha, aha. Ja. Okay. Einen zweiten Orkotist. Was halte ich davon? Ähm. Der ist aber nicht so geil ganz hinten. Naja. Okay. Alle sind nicht so geil ganz hinten. Da muss man so. Poison Darts. Accuracy based. 90 Damage. Also macht fast keinen Blight bereit. Und weniger Blight Resistance. Okay. Ja gut, aber wenn wir den jetzt upgraden, dann ähm. Achso, was hat er denn? 10%. Ja okay, nur Bordell. Und ja okay, aber das übersteigt sich ja nicht. Cool, okay. 10% HP. Das ist nochmal cool. Dann äh willkommen. So. So. Die Gilde. Ähm. Tja, ganz knapp. Ganz knapp. Also Bilder und äh Cress bauen wir. Okay. Throne Dagger. Pick the face. Okay. Dann bauen wir die mal oben. Hinten kann sie das. Okay. Perfekt. Perfekt. So. Okay. Wir brauchen Bilder und Dingsen. Hinten. Also hier sollten wir vielleicht mal rein schnuppern. Schnuppern. In die Wands. Schauen wir mal in die Wands. Äh. Äh. Ich glaube. Hier gibt's viel Gift. Weniger Blut. Mehr Gift. Ganz nach vorne. Der hier zweit. Und die ganz hinten. Essen. Ähm. Ja. Essen. Sechzehn. Acht Fackeln. Eine Schaufel. Antivenom 2. Das hier. So. Okay. 7000 Gold noch. Äh. Unser Geld ist weniger geworden. Wir haben jetzt 7000 Gold ausgegeben für unsere Helden. Nachdem das so eine Katastrophe war. Oh.